Ah ja. Guten Tag. Zurück zum Camp oder dann noch weiter gehen? Ja, dann zurück zum Camp. Übers große Feld aber noch mal gehen, ne? Jaja, klar. Da sind bestimmt einige Sachen gewissbrochen. Sundheit! Ist das schön, wenn am Meer die Sonne aufgeht. Müssten wir uns doch eigentlich mal alle in den Arm nehmen, oder? Ne Knuddelrunde. Aber nur so. Knuddelrunde. Also ohne richtiges Anpassen, so. Ach wie, jetzt bin ich ja weit weit. So ein Wun-Wun-Wun-Anschlag, so. Das ist wie ins Auto einsteigen und die Bus fahren. Ja. Hier aber das Thema doch nicht, wenn keiner dort ist. Freude mir so. Du bist mal ruhig hier, ja? Warum? Wenn ich vom Berg runter pinke, denkst du, es regnet. Ne. Wenn ich jetzt gemein bin, ja. Aber ich bin ja nicht gemein. Sei ruhig. Egal. Egal. Nur weil du drauf stehst, wenn der nahe ist, falle nichts dafür. Ja, ist gut jetzt. Das ist ne andere Geschichte. Kann man in späteren Folgen mal klären. Ist okay. Oh, hier liegt einer. Jetzt ist er tot. Krass. Warte mal, wir haben einen verloren. Hier liegt einer, jetzt ist er tot. Krass, Holz. Da ist viel Holz dabei. Ihr läuft ja dran vorbei, ey. Okay, ich kann das gerne machen, wenns will. Oh ja, klopp alles. Es gibt, äh... Wo seid ihr denn alle? Ineinander. Wir sind auf dem Feld am Wasser. In der Nähe von der Factory. Ich seh immer noch kein Haus. Wir sind in der HQ Hauptquartier. Hauptquartier. Wir sind im Hauptquartier. Wir sind im Hauptquartier, genau. So kann man es auch nicht. Wir sind in der Bucht. Leider noch auf dem großen Feld. Ja. In der Bucht. Da sind wir schon bei den großen Häusern. Okay. Ah, ich seh dich gut. Wir haben auch noch ziemlich viele Ressourcen. Ähm, Kai? Hier ist er. Was? Sehst du mal die Fundamente? Oh, und das eine Metallhaus hier kann man rein? Ich nehm alles mit. Die Fundaments haben wir mir gehört. Ja, hier ist nur... Ja, ich muss das runter. Hier ist nur ein Ofen, wenn nicht. Pass mal hin. Hier ist einer in der Mitte. Ach, wo bist du? Ja, ich bin da. Und setz mal. Ich nehm die Waffe um die Schönefrau. Hey, du musst nicht warten. Nein. Nö. Hmm. Ich du doch keine Wurst. Also das fällt ja nach hinten ab. Also muss ich hinten anfangen zu bauen. Ja. Am höchsten Punkt anfangen Ja, ja Ja, zur Not, wenn es im ersten Fundament unten eine Lücke hat, ist nicht so schlimm Da kriegen wir höchstens den zweiten Stock vielleicht noch drauf, wenn die Lücke nicht so groß ist Ja Ja, und wenn ich mich move, geht ja auch Ach, geht ja? Riesig Ja, weiß ich nicht Ja, normal schon, oder? Ja, normal nicht, also Nee, geht nicht Also, siehste, da müssen wir ein bisschen vorsichtig fahren Vorsichtig bauen, genau Klar, da muss man nachdenken Schöne, meine Herausforderung Jetzt hat er sich selber teased, offenbar nicht so Das ist für mein größter Erzfeind hier Normales Denken Scheiße, was ist Denken? Ich sehe meine Truppe immer noch Was ist das überhaupt? Was ist Real Life? Wir sind jetzt hier oben schon wieder bei den roten Vieren Bei den kleinen Häubern Sehr gut Bei Fettel Also dann ist das hier doch nicht so optimal, weil das abschließlich ist, wenn ich jetzt an der rechten Seite anfange Dann wird das Fundament, dass ich bis zur Mitte gehen Auch nicht durchweg oben Weil dann wäre das zu groß Also wird man nicht bis runter gehen, also wenn ich weiter unten anfange, ist das Haus oder zu klein So, wir wollen uns ja hier richtig Prestige Aufstellen Also, wir müssen eindeutig auch von meinen Brüder wurden Der stellt uns dann belastet aus Bar nicht Dann sims den an und sagt, er soll seinen Arsch her bewegen Hier geht es nämlich zur Sache Der Bauer seine baumeisterischen Fähigkeiten Oh, der Baumeister Können wir das schaffen Der kann gut bauen Da wird genug Holz mit So, ein bisschen haben wir Bis hier? Ja, soo, klecker 535 Ja, ich hab leider jetzt so gut wie gar nichts mehr dabei Hauptsache, hier ist genug Cloud mit, dass jeder erst mal ein Sleeping Bank macht Ich hab, Mulder mal gucken, ich hab, glaub ich, so gut wie gar nichts mehr Gut, der nix hat, der wird abgeschossen Ich hab, der wird direkt erstattet Das hier, was ist das hier? Wo ist es dann? Äh, durch die, durch die Gebetskette gesneed Ja, ich war hinter dir, aber jetzt bist du sowas so schnell Ultrafix, jetzt bin ich im Konzern slide quasi Ich hab dir gesporen Du darfst, du darfst nicht ins Wasser laufen Äh, du bist nicht hier so Ich hab Angst, äh Wo bist du denn? Hast du, hattest du dieses kleine Holzpillarhaus gesehen da? Ja, genau, da war ich da Ja, geh mal da hin Kai, du hast das urschlechter Versteck, weißt du das, hä? Ich bin wieder da, komm mal hier Ich? Urschlechter links, komm mal links Hier, wenn ich Ich siehste Rechts, rechts Oh, du stehst auf dem Berg Ja Aber wir gehen hier lang Ja Nato, hüpfst du da drüben rum? Ja, ja, das ist der da Ich hab ne P250 gefunden Welchen Nato meinst du? Den mit der Bolt Action Ja, das bin ich Den auf dem Stein Ja, der auf dem Stein da ist Warte, ich Hüpf-Signal zurück Dein Hüpf-Signal erkennt keiner Ich bin du und raus da Ruhe sind die Brüder hier rein Ja, ich komme Oh, so ist ne Lederpans Ich hab noch eine Ja Ich will meine Sachen wieder haben Die Vorderschuhe Ja, danke, ja Die wurden schon versteigert Ja, ich glaube auch Die sind, die sind in der Bucht Hehehe In der Badehose hat er weggeworfen Sind die an der Badehose Wir wollten nicht wissen, was in der Badehose war Das sah aus wie ein Schumacher Gedenkschlipper Von der Öfleck hinten Bremsspur Hm, Sportbremsspur Kann ich 5 km mal schneller laufen Ja, das sah aus Du hast bestimmt bei den roten Bären hast du in den Hosen gekackt Wahrscheinlich Ja, das wird ihm ähnlich Oh, wie der Keil Da kommen 2 Einmal hopsen Gut, der nächste Ah, gut Fass Der eine Der andere Ne Da drüben ist einer Ich glaub mal hier wirst du hier oben von der anderen Fliebe Ja, hier Ich dachte, du würdest seine Sachen zurückhaben Ja, gerne Nö, aber heute ist er Nö, 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 nö Da, da, da Meins Meins Gehs weg Alle Sachen Schnellsack Alle Sachen Hier Eins hab ich schon verbraucht Hier sind noch Schlafsäcke Das 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 ist nicht gestackt So, hier sind deine Schokoriegel Die hast du am meisten vermisst Ja, das war's Stonehenge war kaputt Hier hab ich jetzt Dankeschön So Lass mal zur Base gehen Jo Wer schießt das Wer schießt das Wer schießt das Wer schießt das Ja, irgendwer sitzt hier auf dem Felsen bei uns in der Nähe, ne? Das ist einer von uns Das ist einer von uns Achso Die mit dem Astralen Gay Körper Einfach die, die geil sind sind dir Außer du, ja Du hast keinen Sixpack Aber einer fehlt auch, oder? Ja, hallo? Gib mir mal deine Bolt, dann kann ich die researchen Ja, 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 die willst du haben, wa? Ja 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 Kleidlehmann im Ohr, ne? Achso, hier unten, ähm, ich hab noch Fundamente einstecken, Mädels Ja, ich hab ne Bolt gefunden Ja Hau dich weg, Mensch Hau dich weg, Mensch Ja 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 Denk ich mir Hunger, ich hab nämlich 21 Stück Oh Hier, was ist das? Hier, komm her Wer braucht Woodflanks? Ja Hier hab ich noch Fundamente Da Ich brauch höchstens, äh, Flecke Woods, äh Was, Blackwoods? Der Blackwoods, das wird gebetet hier nicht Ja Ja, toll, im Feuer geworfen hier Also, ich kann mir auch mal sagen Ja, team ups Blanken brennen auch gut Wer, wer ist denn jetzt hier der Bauer? Der ist noch mal die Sunflex Der ist noch nicht da, der Bauer Der Bauer Mit der Mistgabel Wurden, wir, wurden verlängst, weil ich hab noch Bönche Wo ist der Kuhzüchter? Ich baue gerade auch schon mal 62 Also, ich hab hier noch 12 Metallfragmente und 48 Kannbauer, ich kann noch mal Medition herstellen Tut man von mir da nicht Was ist das? Nehm so ein Gehirn Oh, sieben guten Blanks, cool Das sind Drogen Das sind Drogen Dann kommt der rechts von dir Unser Bob, der Baumeister, kommt schon Ja Hier sind sie doch, hier liegen die guten Blanks, da Da Hier sitzt der Forrest Nein, hoppst nicht Ja klar hast du's, genau gesehen Unser Bob, der Baumeister, kommt, also gib mir Ruhe Hopp, Mali Hier, guck, guck, hier Hier, Forrest Hey, Forrest Willst du Stoff? Ja Stoff 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 Wo dann da? Du geh mal mit Warte Stoff, geh wir Hey, Psst Stoff Hier Da Meiner Stoff, weg da Hier, hier Psst, noch was Noch was Hier Das Das Hier Lass uns mal voll ganz oben runter kohlen Warte, jetzt kohle ich runter Ja, mach mal voll ganz oben Guck mal, voll ganz oben Guck mal, ob das geht Achtung, ich schmeiß den Felsen Guck, da kommt der Rock Das ist der Rock Meine, wir sind jetzt zu so viel Mann, ich denke mal, wir können auch dann irgendwann mal einen Panzer bauen, oder? Panzer? Ja, so nicht Oder einen Rubschrauber, kann ich auch mal so nehmen Ein Kampfheli und dann fliegen wir hier rum Ich werfe gute Boote, die Küste bewacht keiner Ja Ja, aber wieso denn U-Boote? Die können ja nur gegen andere Wassereinheiten schießen Nein, theoretisch U-Boote mit Atomraketen Ja, okay, gut, das ist noch was 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 Du stellst dann das waffenfähige Plutonium her und ich gehe im Portierraten Jetzt geht alles hier, ich nehme da einfach ähm, äh, Forrest hier, so, der bleibt hier stehen Und wir kloppen so lange drauf rum, bis seine Atome spalten So, wo ist der Zeppler? Also, wenn ich kubsen muss, dann füge ich auch Atome krass Ich will die Gerne kloppen, komm her So, wer bin ich? Was passiert ist doch fies Hat einer von uns? Der schlägt über? Der schlägt über Der schlägt über? Nee Hup! 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 Er schreit! Ey, wo ist kompo-fighting? Der schlägt über den Stöhnen? Habt ihr schon irgendwo, äh, Schlafsäcke hingelegt? Hä? Nö Nein Mein NATO-Holzfreund, gehen wir Holz sammeln NATO-Holzfreund? Ja, was? NATO-Holzfreund Mein NATO-Holzfreund, gehen wir Holz sammeln Hup! Hup! Oder her der M4 oder M4 So? Ja genau, Biet, hack den Berg weg! Hup! Hup! Das ist der Schwul-Detektor, du schlägst da Hup! Kommt nix mehr raus! Hup! 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 Hup!